Moin Freunde, Red Bull sucht für ein Gewinnspiel gerade den besten Pentakill und was wäre da besser geeignet als mein Bart Drive-By? Der Dampke fällt. Oh, der kam zu früh. Hier ist mein... Voll gedinsespektiert. Das, das, ne? Alter, das ist Bart. Wenn ihr mich dann unterstützen wollt, dann klickt mal auf den Link in der Beschreibung und lasst mir ein Voter. Wird mich freuen. Und jetzt viel Spaß mit Highlights. Wieso spielen die Katalia in der Mitte, Junge? Den spielt doch kein Mensch. Bitte wen in der Mitte? Katali. Katalia. Doch, klar, Talia. Kalia, oder... Ich hätte schwören können, dass du gerade Katali gesagt hast. Die hab ich auch gesagt. Katali? Katalia, bist du behindert? Nein, nein. Wieso spielen die Katali in der Mitte, Junge? Nein, nein. Wer ist denn Katali? Hallo und herzlich willkommen zu Benno, ich bin scheiße. Afka, tschüss. Vaginas. Purzeln über den Berg. Nice. Sie purzeln. Purzeln über den Berg. Ganz oft sieht man das morgens, Alter. Und mich trotzdem noch geultet bekommen, bevor ich, also ich konnte ihn nicht ulten. Obwohl er getroffen wurde. Boah, ich mach das. Ich mach das. Ich komme von hinten. Oh, lol. So abgezogen. Oh, ho, ho. Oh. Lol. Wieso lebst du? Weil ich gut bin. Zeig. Okay. 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 So, 70 Gold, warte. Zack. 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 Ich glaube, das ist dein erster Tod, oder? Ja, mit dem Gromp hätte es ja vielleicht jetzt noch funktioniert. Zack. Ach, Flash und zwei. Zack. 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 Boah, was? Zack. Ich klatsche ihn dafür. Ich hole ihn. Was? Oh, den hab ich. Nein. So. So ein Silb, Junge. Bonk. Mann. Nein. Mann, Nono ist richtig okay. Okay. Oh, leu. Fenno, du bist noch viel dümmer als Nono. Er denkt sich halt einfach, wir warten bis die Ulti fast durchgechannelt ist und dann gehe ich mit deinen Frikenhauten an. Das hat mir so in die Fresse gepackt. Nur weil ich jetzt dunkel heute, wie soll ich nie gewitze kennen? Tatsächlich ist das oft so, dass die die Besten kennen. Ah, okay. Nein, kenn ich nicht, leider. Oh Gott, bist du lame, ey. Mann. Mann. Ich dachte, ihr schwarzen wird cool. Ja. Nein, war natürlich mal Spaß. Das denkt keiner. Was? Oh, ich hab geflasht aus Versehen. Scheiße. Ja, rutsch, tschau. Oh, leck mich doch. Stun ist raus. 2-8. Warum fokust er immer noch mich, Junge? Ich geb halt kein Gold mehr oder irgendwas. Krass. Nice Flash. Ja, wenn dir der zweite König lang ist. Ja, ey, hat halt schon 20 mal ge-aht ungefähr, ne? Na, nimm den! Ja, pass, hat überlebt. Cool. Aus irgendeinem Grund. Krass. Oh, fok. Was? Oh, ich töte jetzt jetzt, ey. Alter. BAM! Krass. Das hat mich ein bisschen geflasht jetzt der Fight, ey. Der war richtig intens. Das war eine weitere Folge Highlights. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und bevor ihr das nächste Mal meine Fresse in der Kamera seht, muss ich, glaub ich, unbedingt mal zum Friseur gehen. Bis zum nächsten Mal.